Liebe Wählerinnen und Wähler, am 9. Juni ist Europawahl. Das geeinte Europa ist das Beste, was uns Deutschen passieren konnte. Seit Jahrzehnten leben wir in Freiheit, in Frieden, in Sicherheit und in Wohlstand. Aber das geeinte Europa ist bedroht. Autoritäre Regime, extremistische und antiliberale Kräfte versuchen Europa von innen wie von außen zu zersetzen. Weltweit erleben wir eine Rückkehr imperialistischer Ideen und autoritärer Vorstellungen von Politik und Gesellschaft. Bei dieser Wahl geht es also um sehr viel. Es geht um unsere Art zu leben. Die müssen wir beschützen. Und dafür wollen wir Europa besser machen. Wir wollen ein Europa auf Augenhöhe mit der Welt. Sicher, handlungsfähig und stark. Dafür steht unsere Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. Sie hat Europa in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich geführt und vor allem zusammengehalten. Mit ihr treten wir bei der Europawahl mit einem Versprechen an. Wir arbeiten dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger auch morgen in Freiheit, in Frieden, in Sicherheit und in Wohlstand in Europa leben können. Europa braucht keinen Streit und keine Unsicherheit, wie wir ihn zurzeit häufig in der deutschen Regierung sehen. Europa braucht jetzt Stabilität, Sicherheit und Zuversicht. Und dafür steht die CDU. Gehen Sie also am 9. Juni 2024 zur Wahl und geben Sie der CDU mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen. Herzlichen Dank.